Heute ist das Fest der Darstellung Jesu im Tempel oder auch Maria Lichtmess genannt. Ich bin heute noch in Fatima, einem Ort, wo wirklich das Licht in die ganze Welt geht, die Maria es verbreitet. Maria bringt Jesus, das Licht dieser Welt, weiter. Und heute aus diesem Ort, aus Fatima, möchte ich dir nur eines sagen. Gott ist treu. Er erfüllt sein Versprechen, auch dir gegenüber. Möge diese Gewissheit, die ich nie verlasse, vor allem in Momenten, wo es dir schwer geht, wo vielleicht Krankheit pflegt, wo Unheil kommt oder irgendetwas. Sei gewiss, Gott ist treu. Das sieht man hier in Fatima ganz besonders. Und möge das auch in deinem Leben, in deinen Entscheidungen sichtbar sein. Das wünsche ich dir aus ganzem Herzen. Grüß Gott.